Hallo miteinander, heute beantwortet Mary-Jeanne Morgan unsere frage Fragen. Aber zuerst nehmen wir euch in die Teechi klettern. Immer mehr Leute probieren, ob es in einem Saal ist oder in der Freiheit. Und für viele Leute wird es eine richtige Leidenschaft. Was macht der Erfolg von diesem Sport? Das wäre der Seil. Die drei Kumpels kommen öfters auf dem Pfalz vom Klingenthal. Ein bekannten Ort für diejenigen, die gerne klettern. Doch bevor es losgeht, ist eine ganze Vorbereitung. Es fängt bei der Woll vom Weg an. Manchmal steht es auf dem Stein, aber es ist nicht immer der Fall. Heute haben wir Chance. Also gehen wir hier auf. Das sind extra schlau, 40 Liter. Das ist ein ganz weicher Gummi. Das ist das, was man gut auf den Felsen hält. Man kann sogar, wenn man als Handpunkt ist, kann man hier auch draufheben. Nur mit dem Druck, wie man drauf macht, mit dem Schö. Und dadurch, dass es so weicher Gummi ist, hält man draufheben. Anders gesagt, mit einem normalen Schö kann man nicht heben. Für zu klettern gibt es zwei Techniken. Grimper en tête, das heisst, sich an jedem Ring zu hängen mit der Klammerer. Oder Moulinette. Da braucht man sich nicht hängen, denn die Person, die unten ist, tut alles sicher. In dieser Technik fällt man auch von weniger hoch, denn der Seil ist immer gespannt. Ich mache jetzt den Knopf auf und dann lasse ich mich sicher, wenn ich runter und ich habe jetzt das Seil anbinden, damit es nicht runterkommt. Der Michel hat den Sport mit 50 angefangen, von 10 Jahren. Jetzt geht er mehrmals pro Woche klettern. Nur mit der Erfahrung hat er Fortschritte gemacht. Wenn man jetzt von vorne so kommt und man versucht, sich so zu halten, es hält nicht, man rutscht nicht. Wenn ich gerade vor dem Stand bin, wenn ich aber jetzt den Kerber so auf die Zeit mache, dann kann ich ganz gemälde rauf gehen, und dann, durch das ganze Gewicht vom Kerber auf der Seite ist, gehe ich jetzt in die Hesu. Was die Kletterer animiert, ist der Nervenkitzel. Hallo, Roman. Super. Für hohe Zuckau muss man natürlich sportlich sein, man muss aber auch mental kräftig sein für nie aufzugeben. Manchmal ist es ein bisschen einfacher, manchmal ist es viel schwerer, aber wir sind nicht sicher, dass wir hinkommen. Es kommt auch viel darauf an, psychologisch, wie man sich fehlt im Moment, wie man krabbelt. Es ist wie so ein Spiel. Wenn man so klettert, muss man in einer gewissen Schwierigkeitsstufe den Weg finden, die Lesung finden, um aufzukommen. Für in Freiheit zu klettern, muss man mindestens zu zweit sein, eine richtige Zusammenarbeit für immer höher hinzukommen. Man kann im anderen Rot gehen, für das, was er aufkommt. Man kann ihm auch helfen, wenn er eine schöne Sonne kriegt. Wenn er eine schwere Sonne kriegt. Prêt. Wenn im ganzen Elsass ungefähr 100 Falser ausgerichtet sind für die Kletterer, gehen immer mehr Leute auch in den Kletterräumen. Der letzte hat den Milusen aufgemacht mit der höchsten Wand von ganz Frankreich. In dem Saal von Kolmer gibt es Kehrs für jeden Alter. Das Jahr sind viermal mehr Kinder eingeschrieben als letztes Jahr. Der Sport zieht immer mehr an. Es ist eine gute Experienz. Es ist einfach, wenn man nicht in der Ebene kommt, wenn man ein Wunsch kommt, die Leute an sich bringt, und Sie empfehlen. Auf dem Stress. Es erlagt ein grosses Strasse. Wenn man in dieser Saal ich fühle mich sehr gut. Dort kommen Leute, wenn sie gehen, die ganze Woche. Das Prinzip überzeugt. 250 Personen, die in diesem Raum klettern. Der Sport wird sich immer mehr verbreitet bei den Amateurs und Profis. Das nächste Jahr ist die Disziplin sogar für das erste Mal in den Olympischen Spielen in Tokio. Und jetzt beantwortet Marijan Morgan unsere frage Fragen. Ich bin Morgan Marijan und habe fünf Gästezimmer in Leimann. Was hast du am liebsten in deinem Beruf? Mit den Leuten zu reden und zu fragen, woher sie kommen. Und manchmal erfährt man wieder etwas von einer anderen Kultur. Von wo kommst du? Von Leimann. Wo bist du daheim? In Leimann. Stadt oder Land? Land. Wo im Land? Wie in Leimann. Man hat alles, brauchst du nicht weit. Kein Auto brauchst du gar nichts. Gehst du ins Haus und schaubst aus und kannst gehen, bis in die Schweiz, wo du willst. Bist du frach oder fresh? Frach. Mit wem? Mit meinem Mann manchmal. Oh je. Was sind deine Hobbys? Gehen laufen. Tai Chi. Gehen schwimmen. Fitnesscenter. Dass man die Figuren unterhält. Rimini oder Tirol? Tirol. Rimini oder Schwarzwald? Schwarzwald. Warum Schwarzwald? Schwarzwald ist nicht weit von uns. Wir brauchen nicht Fliegen. Wir wissen, wo wir fahren. Und es ist immer lustig. Du bist gut. Du kannst gut essen. Du kannst gut trinken. Du kannst wandern. Du kannst alles machen. Und es ist nicht weit.